Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, das eine Frage beantwortet, die Sie mir hinterlassen haben. In Bezug auf ein Video, das ich über den Ausfall des Benzindruckreglers gemacht habe, habe ich mehr Videos darüber, dass ich werde dort in diesem Video einen Link hinterlassen. Nun, die Frage ist, ich habe gehört, dass man mehr Leistung erzielen kann, wenn man diesen Regler zerdrückt. Wie ist das möglich? Nun, mal sehen, zuerst muss man das Benzin verstehen Druckregler, ich würde hier hingehen, ok, im Benzin-Rail hält es einen stabilen Druck im Rail aufrecht, natürlich wird der Druck vom Hersteller diktiert, also wenn wir das zerquetschen, was wir tun würden, hier es hat eine Feder, eine Feder, ok, eine Feder, die etwas dicker ist als diese, ich nenne es als Beispiel, dann, wenn wir das zerdrücken, zum Beispiel, wir zerdrücken das mit einer Presse, naja, ein paar Millimeter. Was wir, wird die Feder mehr zusammendrücken, dann muss die Feder durch mehr zusammendrücken. Mehr Druck auf die Hülse ausüben, eben dieses Ventil öffnen und wir werden, wie gesagt, natürlich den Druck im Rail erhöhen, indem wir den Druck im Rail erhöhen, erhöhen wir auch den Kraftstoffanspritzdruck. Mit dem das Fahrzeug natürlich mehr Leistung haben und es wird auch mehr ausgeben. Tatsächlich hatten diese Ventile vor ein paar Jahren mehr Druckstäbe als jetzt, es kam auch auf das Fahrzeug an, dies geschah natürlich, weil das Fahrzeug mehr verbrauchte, es auch mehr lief, aber es verunreinigte auch mehr. Dann, nach Begriffen, naja, zum Thema Antipollution, ok. Um die Schadstoffemissionen zu senken, was gemacht wurde, war, dass diese Ventile natürlich früher geöffnet wurden, auf diese Weise auch das Fahrzeug, weil es verbraucht weniger, natürlich, aber es ist auch. War, dass das Fahrzeug auch weniger Leistung hat, ok, naja, hier hast du dieses kurze Video. Wenn es für dich nützlich war, vergiss nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.